Kein, kein, nein, ja, 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 überlebt das! Hallo, 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 weiter geht es mit Shakes and Fidget, willkommen dazu, ich bin der Lars, ich begrüße euch ganz herzlich, wir starten auf Server 22, was für ein wunderbarer Server. Leider haben wir es letztes Mal nicht geschafft, den Kollegen umzuklatschen. Da ich heute schon eine Auflage gemacht habe, bedeutet das, Waffen, Zauberladen und Klo sind tabu für uns, also richtig tabu. So, brauchen wir nicht hin, brauchen wir nicht hin, ich gucke trotzdem mal, aber ist nichts drin, ihr seht es, ich verarsche euch doch nicht. Wir gehen erstmal in die Arena, beziehungsweise gehen auf Charakter und skillen Ausdauer wie ein geisteskranker Hippie, denn wir haben es voll drauf, wir skillen die Ausdauer weg, bis zum Gehtnicht mit dem, er ruht es auch mal gut. Arena Cup gegen diesen wunderbaren Kollegen und wir gewinnen natürlich Rang 7, das ist akzeptabel. Ich habe die Alu fertig, hier läuft es schon, ihr seht es, 300 Alu sind durch, Stadtwache ist drin, der alte Kollege, Klöchen weich und in der Gilde gibt es hier einen Kampf, nein, leider nicht. Das ist natürlich irgendwie nicht ganz so gut. Wir können aber auf den Dungeon gehen und nochmal den Motu versuchen im 13. Stock, wir haben es ja letztes Mal nicht geschafft und es waren teils sehr, sehr knappe Tries dabei. Mr. Motu, ich habe sie, ich kenne sie, ich will sie, ich möchte doch nur eins, dass sie fallen und mir eine wunderbare Waffe geben. Mr. Motu, sie haben es doch drauf, sie wollen es doch auch. Oh bitte Mr. Motu, warum wollen sie denn nicht mehr fallen? Ich habe heute ein Thema mitgebracht und zwar Diablo, Diablo 3. Ich habe wirklich vor, bald wieder Diablo zu spielen mit Reaper of the Soul. Das kommt ja am 25. März, glaube ich, aber dauert noch ein Stückchen, aber das will ich auf jeden Fall spielen. Oh, das war so ein knappes Ding. Das bedeutet, wahrscheinlich werde ich dann streammäßig so einen Bündel Diablo streamen und vorweg, besteht darin oder da dran, wie auch immer Interesse, sowas zu machen oder sagt ihr, ja klar, ich will am besten sogar Videos dazu sehen auf YouTube. Die wird es wahrscheinlich nicht geben, sondern nur streammäßig, weil Diablo ist ein unglaublich gutes Streamspiel. Von daher kann man das Ganze machen, dann wird es so freitags so Shakes and Fidget mal geben, Minecraft und LOL und wahrscheinlich dann so Samstag oder so, wenn ich mal Bock habe, wird es dann ein bisschen Diablo 3 geben in der Art, wenn, wie gesagt, Interesse daran besteht. Oder wir machen freitags, Alter, die Vuvuzela, wie sich anhört nach der Zeit und so, richtig so, das hört sich irgendwie an, als würde jemand irgendwie in die Ecke kotzen. Das hört sich echt komisch an. Egal, den schaffen wir leider nicht. Wir können aber den Räuber versuchen, aber den schaffen wir auch nicht, obwohl wir ein Level abgehabt haben gestern, beziehungsweise heute bei mir. Wir können trotzdem mal schauen. Und vielleicht sogar freitags SF, dann Minecraft und dann ein bisschen Reapers of Soul. Die Frage ist, wie gesagt, wollt ihr sowas sehen oder wollt ihr Let's Plays sogar dazu sehen? Let's Plays ist ein bisschen blöd, ne? Ich habe wirklich vor, den Kreuzritter zu spielen. Das geht sehr, sehr interessant. Ich bin halt nicht der ultimative Superpro in diesem Game, aber trotzdem will ich mich damit beschäftigen und etwas spielen, denn ich habe nach Release 1 beim Morte aktiv, wirklich Hardcore-mäßig gespielt. Danach hatte ich gar keinen Bock mehr, weil es mir total langweilig war. Es war irgendwie das Gleiche immer und trotzdem war es scheiße. Weißt du, wie gesagt, also, nochmal, also es war das Gleiche. Immer wieder, ist ja klar, ist ja Diablo halt. Und bei Diablo 2 hat man es halt geliebt, immer das Gleiche machen, bla bla bla. Die Items war richtig geil Action, aber bei Diablo 3 war es irgendwie anders. Nicht so wie Diablo 2, sondern richtig scheiße einfach nur. Ich habe keine Ahnung warum, deswegen habe ich damit aufgehört. Aber natürlich, Reapers of Soul will das Ganze nochmal testen, nochmal eine Chance geben und mal gucken, was da rumkommt. Und gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr dazu haltet zu, ich wollte gerade Minecraft sagen, zu Diablo 3 Repower of Soul mit dem Kreuzritter. Das ist bestimmt ziemlich lustig. Lars Versuch 3 Hey Lars, ich hatte dich vor 2-3 Wochen gefragt, ob du meinen Account bewerten könntest. Aber du hattest nur gesagt, dass mein Schatz sexy ist und hast vergessen, mich zu bewerten. Nein, Entschuldigung, deshalb nochmal. Könntest du mich bewerten? Hau ein Nice, ein Supergeil für mich raus. Jetzt auch schon ein Supergeil. PS, ich reite immer auf einen einbeinigen Einhorn nach Disneyland. Ich habe noch ein zweites Einhorn, also wollte ich dich fragen, willst du mit mir auf den einbeinigen Einhörnern nach Disney fliegen? Vergess das Supergeil nicht. Nice. Supergeil. Sehr schöne Nachricht, Dankeschön. Keinem bewertet sich, oh bist du sexy, geh mal weiter. Nein, du hast 81,82% Sammelalbum, das ist auf jeden Fall ein. Not nice. Das verdient leider kein Nice. Deine Maut und deine Tränke sind natürlich... Nice. Sehr schön. Dein Equipment. Dein Equipment, ja, es sieht ganz interessant aus, aber ist halt nicht das Beste der Welt. Sehe ich da wirklich eine stillvolle Fliege des Agenten mit 670 Glück. Da ist leider dein Equipment auf jeden Fall. Was denn da los? Zieh doch kein Glücksitem an. Oh, bitte, 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 kein Glücksitem. Ich bitte, ich ziehe das aus. Ist okay, ja. SA-Pushen, Equipment etwas überarbeiten. Jetzt kommen wir zur Skillung. Der härteste Teil an dieser wunderbaren Bewertung. 1073. 107. 7000. Ja, du hast viel zu viel Glück. Du hast so viel Glück geskillt und so viel Glück-Items. Nur 36% ist wohl... Und wenn du da auf dein Profil komme, hab dich natürlich abonniert mit... Du bist ja kein Gegner, deswegen greife ich dich an. Warum ist doch Pizza-Schönung? Das lohnt sich doch gar nicht. Äh, bitte lesen, Zuschauer 2. Hast... Kannst du mein Account bewerten? Nein. Könntest du bitte mein Account bewerten? Danke. Nein. What the fuck? Okay. Äh, wie gesagt, Leute, wenn ich einen bewerten soll, einen Charakter, dann... Das ist schon eine wunderbare Nachricht mit ein paar mehr Sätzen, damit ich lesen kann. Damit das schön ist und nicht einfach in den Tasten hauen. Bitte bewerte. Oh, oh, oh. Ist nicht ganz so schön. What the fuck schreibt er? W-T-F. Ha, ich wollte fragen, wie du eigentlich so viele Abonnenten bekommen hast. Würde mich auch über eine Charme-Bewertung freuen. Deine Videos sind sehr, sehr nice. Wie ich so viele Abonnenten bekommen habe? Ganz einfach, ich hab Videos gemacht. Ja, ist halt so, ne? Wenn man aktiv Videos macht, qualitätsmäßig doch sehr annehmbare, dann bekommt man Abonnenten. Und Leute, nochmal ein Tipp für jeden, der jetzt anfängt zu let's playen, sind bestimmt viele. Macht das Ganze in Ruhe und erwartet nicht von heute auf morgen, dass ihr auf einmal ungespielt seid. Als Beispiel. Weil ungespielt hat uns zur Zeit so einen unglaublichen Wachstum. Erwartet dies bitte nicht. Ungespielt ist ein Sonderfall, ein Einzelfall, eine Miss... Entschuldigung. Ich will nicht beleidigen. Ich gucke auch teils seine Videos. Das ist ganz interessant. Aber ungespielt hat halt, ich sag mal, ne? Der bekommt so viele Abonnenten, äh, ich lass das lieber, weil wir bestimmt auch sehr viele Ungespielt-Fans hier sind. Deswegen sagen wir so, Ungespielt hat einen sehr, sehr großen Wachstum und erwartet nicht, dass ihr Let's Plays mal schon zwei Tage später plötzlich 20.000 Abonnenten habt. Das werdet ihr nicht bekommen. Außer ihr habt ganz, 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 ganz viel Glück. Und Ungespielt, denke ich mal, ist auch einer, der ganz viel Glück hatte. Natürlich hat er es auch verdient, macht qualitativ und sehr interessant, lustige Videos. Aber es gibt genug, genug andere Let's Player, die, sag ich mal, ansatzweise so gut sind wie ungespielt. Ich meine jetzt nicht mich oder sowas. Es gibt auf jeden Fall Let's Player, die wirklich unterschätzt werden beziehungsweise die man einfach nicht findet. Man muss bei YouTube gefunden werden, damit man wirklich erfolgreich wird. Wenn man einmal gefunden wird, dann geht's voran. Dann geht's nach oben. Dann steigt es. Und, äh, das ist halt so. Guckt euch einen Gronk an. Gronk ist einfach mal, ist halt gut, ne? Und wenn Gronk nie gefunden, äh, gefunden, gefunden, wer denn gefunden, wenn niemand Gronk gefunden hätte, wäre er auch so klein. Stell dir vor, Gronk hätte nur 2.000 Abonnenten. Das wäre auch sehr, äh, komisch, oder nicht? Egal. Er muss gefunden werden und muss Glück haben, sonst kann man das nicht reißen bei YouTube, weil es einfach so viele Menschen gibt, die Let's Plays machen. 74% der Sala geht auf jeden Fall mehr. Das ist ein wunderbares Not Nice von mir. Equipmentmäßig, 30% momentan, äh, kein 3.3. Trank, äh, not nice. Equipmentmäßig sehe ich da auch sehr, sehr starke Defizite, obwohl, ja, du hast auch ein paar ältere Eile, so keine Epic, was da los ist, nein, egal. 890, buh, 886, ja, die Skillung ist akzeptabel. Ich würde einen Ticken mehr auf Ausdauer gehen. Equipmentmäßig, wenn du halt nichts bekommst, hast du halt Pech. Du bist 100 Alu-Spieler und du musst dir noch so ein Ding besorgen, ne? So ein, so ein, so ein, der Gerät. Besorgen dir einfach ein sehr Gerät, der Gerät, dann bist du supergeil. Du brauchst halt einen weiteren Trank, sonst, sonst ist es nicht ganz so geil. So, Server 22, Post erledigt. Bumm, tschakka, tschakka, bumm, bumm, alles weg. Server 23, auf Server 23, da gibt es auch eine Post, da gucken wir auch schon mal. Ne, gucken wir gleich, wir gucken erst mal hier. Waffenladen, Zauberlen hatten wir alle schon, haben ja letztens dieses geile Item bekommen, aus, aus, aus dem 13. Stock. Hat sich vollgelohnt, danke schön, 13. Stock. Du bist so toll. Wir skillen Ausdauer. Oh nein, unsere Begleiter wollen wir skillen. Mist, 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 Mist. Reicht das denn noch? Das könnte reichen, das könnte reichen. Ja, 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 ja. Vielleicht schaffen wir, ja. Vielleicht schaffen wir nun, Gold Event, I love you. Vielleicht schaffen wir nun den, ähm, Rattenfänger von Jameln, beziehungsweise Hameln, wie auch immer. Denn das wird hier einmal abgekürzt, beziehungsweise nicht abgekürzt, sondern abgeändert, damit man kein Copyright-mäßig Sachen bekommt hier. Von Shakespeare. So, Krieger, du hast mal gar nichts gerissen hier gerade. Äh, Kundi, du bist auch, äh, schlecht. Und ihr seid alle schlecht. Ich mach gut Damage, aber die anderen reißen gerade nichts. Äh, Krieger, ich bitte dich. Äh, was ist denn das bitte? Warum reißen die hier gerade mal gar nichts? Ich muss, mindestens, müssen die auf 50% hauen. Krieger schlecht, Magier schlecht, Kundi weich aus wie ein Geist. Äh, Kundi weicht auch nicht aus. Das ist ein Geschick-Gegner. Du kannst doch die ganze Zeit ausweichen. Denk daran, 50% Ausweich-Chance. Ja, Krieger, das war schon, es geht schon besser bei dir. Ja, Magier ist okay. Jetzt, ja, das könnte es, das könnte es sein. Und, oh no! Noch so einen, noch so einen, der ist down. Noch so einen, wie gerade eben. Oh nein, der Magier hat wieder gar nichts gedrückt. Kundi, auch nichts gedrückt. Wir brauchen noch einen auch unter 50%, bis wir dran sind von unseren Begleitern. Kriegerscheiße. Magier sehr, sehr gut. Kundi, jetzt hauen raus. Das kann es sein, mit etwas Glück. Wir gucken. Mit etwas Glück. Ja. Ja, ja, nicht kein Hard-Hits. Kein, ja, 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 kein, 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 nein. Ja, ja, ja. Ja, überlebt das! Nein. Wieso? Wieso? Oh, das ist so blöd. Ja, sehr schön, Krieger, sehr schön. Magier, ah, war nicht ganz so geil. Kundi, ah. Ah, oh mein Gott, der ist drin, Leute. Der ist sowas von drin. Der muss jetzt fallen. Krieger, wow, richtig geil von dir. Mage, akzeptabel. Kundi, scheiße. Ah, Kundi, du darfst nicht versagen, wenn der Krieger so reinhaut. Oh, Krieger, scheiße. Ah, blöd. Das ist nix, das ist nix. 50%. Wir brauchen wieder unter 50% der Assistent. Ist er drin? Ja, sehr gut. Ja, ja. Oh, nein. Kundi. Kundi, Kundi, Kundi. Das gibt's doch gar nicht. Krieger, wow, richtig gut. Ja, 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 jetzt noch Kondi. Ja, das könnte sein, das könnte sein. Ah, machen wir keinen Damage. Den kriegt er uns einfach weg. Oh, Rattenfänger. Sehr schön, Krieger. Ja, 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 ja. Oh, das kann es auch sein. Mit etwas Glück kann es das sein. Er darf keine harten Hits machen. Und wir, ah, blöd. Oh, Mann, das finde ich gerade voll doof. Von dem. Ach, komm. Der ist so knapp. Das ist immer so knapp bei den Kollegen. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Wir müssen halt nur auf... Wir müssen halt auf 50% hauen mit unseren Begleitern. Und dann... Ja, Krieger. Ja, jetzt. Bitte, Kundi. Ich bitte dich. Ich bete zu dem Chase the Fitcher, Gott. Komm schon. Das könnte es sein. Das könnte es sein. Ja. Oh, jetzt bekommen wir wieder zu harten Hits. Krit. Oh, Mann, ey. Ich fange hier schon an zu schwitzen. Das gibt es doch gar nicht. So knappe Trice. Der ist drin. Der ist sowas von drin. Ich rieche ihn schon. Ich sehe ihn schon auf dem Boden. Tod mit seinen Ratten. Oder von seinen Ratten aufgefressen. Oder guck mal. Der ist auf jeden Fall drin. Aber er will gerade nicht. Ihr habt die knappen Trice gesehen. Wir gehen noch auf 370 Pilze. 370 Pilze. Dann habe ich keinen Bock mehr, weil das gibt es doch gar nicht. Ich bekomme hier noch einen Nervenzusammenbruch. Das ist ja unfassbar. Will auch nicht. Ne, Krieger. Wieder nichts hier. Jetzt hau ihn raus, Krieger. Ja, sehr schön. Magier. Ja, Kundi, Kundi, Kundi. Das könnte es wieder sein mit etwas Glück. Ist es aber nicht. Schade. Noch zwei weitere Trice. Sehr schön, Krieger. Oh, Magier. Da hat er einen rausgehauen. Oh, Mensch. Kundi war wieder scheiße, aber... Das gibt es doch gar nicht, oder? Ohne Scheiße. Warum fällt die jetzt nicht? Oh Mann, ey. Das ist doch unfassbar. Der letzte Try. Der letzte Try. Jetzt ist er dauernd. Krieger. Scheiße. Magier. Okay. Kundi, scheiße. Fällt da nicht. Okay, dann eben nicht, Rattenfänger von Jameln. Nein, du kannst mir also mal meine Puperze lutschen. Du willst nicht fahren. Alles klar, Blood Moon. Wir besiegen dich nicht. What the fuck? Da hat sich jemand schon wieder nicht gemeldet. Das gibt es doch gar nicht. Gegen die gewinnen wir normalerweise, oder? Blood Moon. Die wissen doch über Blood Moon. Bin ich gerade total blöd. Blood Moon, Blood Moon, Blood Moon. Wo war denn Blood Moon? Wir gucken doch mal. Blood... Ne, die sind eins über uns. Und die gewinnen gegen uns. Was ist der höchste von denen? 301, 301, 302. Okay. Hm. Haben scheinbar trotzdem verloren. Egal. Weiter geht es mit Server 1. S, äh, DE, Entschuldigung. DE natürlich. Und hier, ja, habe ich Alu fertig. Ich habe ein bisschen Gold gespart. Habe zur Zeit SA auf 42%. Es geht also fleißig voran. In der Gilde ist der nächste Rate um 19.45 Uhr. Wunderbärchen. Was machen wir nun? Wir werden auf jeden Fall erstmal hier loslegen. Im Dungeon, denke ich doch mal, können wir sogar etwas besiegen. Der... Bob, Bob. Der... Was ist denn der nächste dran? Der Herr der Finsternis? Oder der... Der Räuber, ne? Der Räuber ist Stufe... 46. Der kann fallen. Der könnte Richtung Hölle fahren. 768. Wenn wir unser Gold fassigen, fällt er. Der ist Stufe 50. Ja. Der ist, äh... Habe ich Dungeons schon gemacht? Ich glaube schon, ne? 18 Dungeons. Ich glaube, ich habe schon einen Dungeon wieder gemacht. Ja, das war Offscreen. Entschuldigung. Äh, wir schauen mal kurz ein, zwei Mal im Laden, ob wir neue Items bekommen. Ein, zwei Mal aber nur. Damit unser Gold auf jeden Fall auch Sinn ergibt. Haben wir etwas mit... Äh, wir sind übrigens ein Krieger, deswegen brauchen wir Stärke nur so nebenbei, Mr. Laden. Mr. Laden, Laden. Mr. Laden, Laden. Ich brauche Stärke, Stärke. Das gibt's doch, gibt's doch gar nicht. Äh, Glück? Nein. Stärke, Deligenz? Nein. Stärke, Ausdauer? Ja, aber nicht für 10 Pilze. Äh, Ausdauer, Stärke. 106, das ist ein wunderbares Gerät. Oh, das ist gut. Hatte Stärke drauf? Ja. Bob, unser Damage etwas erhöht. Noch einmal Blatthorn. Vielleicht noch ein weiteres Item, was wir austauschen können. Mit St... Äh, St... Was ist denn hier los? Keine Stärke-Items. Das gibt's doch gar gar nicht, oder? Stärke, Ausdauer, nein. Stärke, 59. Dafür das Austauschen? Näh. Näh. Näh, näh. Da beite ich lieber das Epic erstmal aller Tribute. Haben wir guten Ausdauerwert, aber ein Stärke-Item, irgendwie ist noch hinten drin, oder was? Irgendwas mit Stärke... Es gibt's doch gar gar nicht. Ich bekomme keine einzigen Stärke-Items. Oh, 66. Da! Das ist ein schönes Update. Das ist ein sehr, sehr geiles Update. Das sehen wir da. Da, wie viel Gold man hat. Näh, durch den hohen Bonus und durch das Gold-Event auf Server 1. Näh, richtig krasse Scheiße. Übrigens, wenn wir euch auch am Meldwort für Server 1, dann den Link in der Videobeschreibung unten klicken. Das wäre Wunderbärchen. So, was haben wir hier? Der war die auch erstmal aller Tribute. Na, oder tauschen wir das 34? Ne, kurz im Laden noch vorbeigeschaut, im Zauberladen. Ob wir hier noch was... Oh, ein großer Tränke. Wir können uns große Tränke holen. Also können wir auch wieder was reißen. Große Tränke, die reißen auf jeden Fall was. Müssen wir halt nur ein bisschen Glück haben mit den wunderbaren großen Tränken. Also so lohnt es sich hier etwas. Natürlich kommen alle Tränke, die ich brauche. 50. Ja, das ist ein angenehmes Update. 55, das ist auch ein angenehmes Update. Und hier ist nichts mit Stärke. So, jetzt noch Tränke mäßig. Hier eine Halskette. Vielleicht noch die Stärke. 61. Ein sehr schönes De-Gerät. De-Gerät schwitzt nicht. De-Gerät macht schweißfrei Dönner. De-Gerät. Jetzt geben wir noch einen Ausdauertrank. Oh, ich will nicht so viele Pizze ausgeben, aber trotzdem. Wir brauchen... Ja, gleich zwei. Gönne ich mir gleich beide, weißt du? Ich habe ja so viel Gold, kann ich mir auch beide gönnen. Jetzt noch eine. Oh ja, da ist er doch. Den wollte ich doch haben. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Was ist total scheiße bei mir? Oh, die Schuhe sind eigentlich kacke. Die Schuhe sind richtig kacke. Nehmen wir die hier, oder? Die haben... Ne, ne, die mit Geschick und so brauchen wir nicht. Und für 10 Pilze? No way. Niemals kaufe ich mir die. Hier haben wir nix. Hier haben wir Handschuhe mit... Nix. Ja, ich sollte es lieber lassen, hier zu blättern, denn ich bekomme nie Items, nur mit Stärke. Das gibt es echt nicht. Richtig krass. Richtig schlecht, was ich hier bekomme. Hier. Und der ist kacke. Ne, okay, also nicht. Den Rest verskimmen wir also. Auf Stärke, Ausdauer, weil das ist super geil, super geil. Düm, düm. Super geil, super geil. Düm, düm. Gehen wir das mal hier mal schon hoch. Auf 3000, dann haben wir hier noch rein und den Rest hier noch rein und das sieht doch wunderbar aus. Sehr schön. Arena-Kampf dann gegen den Rufia. Hallo Rufia, ich besiege dich. 37 Gold und 42% für das SA, beziehungsweise weitere Bilder. Dankeschön. In der Post schreibt jemand Zitter. So, jetzt warten wir normalerweise den Räuber Richtung Hölle schicken nach Claire. Na klar, allein mit den Tränken hätten wir den schon geschafft. Dann der Steintroll ist Stufe 48. Oh, wo ist denn da der Gegner? 20 Dungeon-Etagen. Epic. Epic. Schuhe. Ja, wir brauchen neue. Da haben wir jetzt neue, ne? Sehr gut. Zwei. So. Dann können wir nochmal schauen. Wir haben jetzt hier die Rotlicht-Sukobor. Boah, die hat 900. Die ist auch drin. Die ist ja auch drin. Was ist denn hier los? Die kann ja auch fallen. Aber sie will gerade nicht. Ich habe gesagt, sie kann auch fallen. Sie ist nur ein Geschick-Gegner. Warum fällt sie nicht? Das ist doch so blöd. Okay, dann eben nicht. Was haben wir hier? Noch den Kollegen. Der ist Stufe 54. Ist auch ein Stärke. Ja, der muss ja wohl fallen. Also ich bitte euch. Wenn er nicht fällt, dann weiß ich auch nicht, was hier los ist. Dann rappelt es aber im Karton. 920, 640. Der ist drin. Der muss drin sein. Ich habe viel mehr Stärke wie er. Und mehr Glück. Und Ausdauerwert von mir ist auch fast an seinem. Aber trotzdem fällt der nicht. Das gibt es ja gar nicht. Das gibt es ja gar nicht. Hat der gerade so viel Blocklack oder was ist da los? Hat der BL? Nicht Bloodlack, sondern Block. Lack. Ich weiß es nicht. Das gibt es. Das ist echt gerade komisch. Der fällt nicht. Das gibt es doch gar nicht. Ich bin gerade leicht verwirrt. Die Werte sagen mir, du fällst jetzt ohne Probleme. Aber trotzdem fällt er nicht. Die Sukubu ist natürlich krasser. Er ist ein Geschick-Gegner wegen Ausweich in 50%. Aber dass der jetzt nicht fällt, das ist jetzt echt komisch. Guck mal so ein Try an. Okay, das dauert zehn Jahre, so ein Try anzuschauen. Aber trotzdem. Also den möchte ich jetzt auf jeden Fall auch drauf bekommen, bevor dieser Part zu Ende ist. Hallo bei Yuga-Ea. Das ist gerade dumm, was ich mache. Zu viele Pilze verschwenden. Aber ey, das gibt es doch gar nicht. Das ist der Hammer. Ja. Ne, der will nicht. Der will einfach nicht. Sein will er halt nicht. Okay, dann lassen wir es stehen. Du alter Dreckiger. Ich hasse dich. Ich hasse dich. So was von... Das gibt es doch gar nicht. Von den Werten, der normalerweise sollte er fallen. Ja, da habe ich zu wenig Erfahrung mit dem Krieger. Oder ich habe einfach keinen Lack. So, als letztes noch die Bilder von euch. Fangen wir mit dem Benni. Der Benni B. Hallo Benni B. Wie geht es dir denn so? Benni B hat mir ein Bild geschickt. Und zwar der Benni B. Hier sehen wir, er kämpft gegen den verrückten Jonglierer. Hat leider verloren. Benni B, du bist ein bärtiger, junger Mann. Aber leider hast du es nicht geschafft. Es tut mir leid. Dann kommt der Hannes. Der Hannes B. Auch ein Bild. Oh! Den kennen wir doch. Den Kollegen kennen wir hier doch, oder? Du hast auch verloren. Ich auch. Das gibt es nicht. Alter, es kostet mich gerade so, der Wasser, dass der nicht fällt. Yes! Er fällt und er droppt. Leck mich doch am Arsch. So, Dankeschön für dieses Bild, Hannes. Ich habe ihn geschafft. Dann kommt der Kevin Air. Der Kevin Air hat auch ein Bild gepostet. Hier. Hallo, Mr. Nasen. Ich wollte gerade Nasen. Oh mein Gott, warum sage ich Nasen? Wie komme ich auf eine Nasen? Das ist doch kein Jude. Oh, Entschuldigung. Sondern der wunderbare Herr mit den komischen Zähnen. So. Hasenzähnchen. So. Hasenzähnchen hast du leider verloren. Er noch 4 AP. Tut mir leid, Kevin. Tut mir leid. Dann kommt der Maximilian B. Maxi B. hat auch ein Bild gepostet. Und zwar hat er gekämpft gegen das Skelett. Hat es geschafft und bekommt ein wunderbares Item, was kein Match braucht. Glückwunsch dazu. Dann haben wir den Mer... Oh, schwieriger Name. Der Mer... 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 Gazi C. Entschuldigung, wenn ich es falsch ausspreche. Hat mir auch ein Bild gepostet. Dankeschön dafür. Er hat verloren gegen ACDC. Warum, Mer... T? Oder Mer 2001. Warum hast du da los... Du hast gewonnen. Entschuldigung. Hab ich... Hab ich falsch gesehen. Du hast gewonnen, natürlich. Da kommt Mr. Fragezeichen, weil er einfach keinen Namen stehen hatte. Also nenne ich ihn jetzt Mr. Fragezeichen. Mr. Fragezeichen hat auch gekämpft. Der Predox ist das Ganze. Also nenne ich jetzt Predox. Der Predox gegen Wasserlord. Und Predox gewinnt gegen Wasserlord. Ein knapper Kampf. Du hast gewonnen. Glückwunsch dazu, mein Junge her. Dann haben wir den Nikolas. Der Nikolas T. Hat er ein Bild gepostet. Und nein. Er hat einen Staubsauger. Nikolas. Warum tust du mir das an, Nikolas? Nice. Nikolas, wieso? Letzte Bild ist dann vom Sebastian G. Der Sebastian G. Hat mir auch ein Bild geschickt. Und zwar dieses hier. Wo er gegen den Drachen gekämpft hat. Und leider verloren hat. Tut mir leid. Sebastian. Du musst das Ganze nochmal versuchen. Das waren eure Bilder. Das war der Part für heute. Wenn das Ganze gefallen hat, denkt daran zu bewerten. Kommentieren weiter so leid. Ich bin der Lars. Ich bedanke mich und sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Denn ihr seid alle so unglaublich. So richtig. So richtig mit allem. So richtig nice. Tschüss.